Ein Bullen, wen die die Pferden können. Jede Nachdruck passt in jede Hirte. Natürlich kann er noch etwas, und das ählt man ein bisschen zu dem, was steht. Auch wenn man vorsichtig sein will, bei Heidesstierungen bleibt, auch dann können die Alpes gut einwachsen. Und auch wenn Sie meinen, Heidesstierungen, gestern werden Ihnen ein letztes Geheimnis sagen, auch von unserer letzt- oder vorletzte Pferd-Option hier, die wissen ja, wie ein Heides ist, war das teuerste Tier, man glaubt es Ihnen, ein Heidesstierungen. Das hätte keiner erwartet. Man hätte doch einen Pferaten-Bull erwartet. Nee, es war Heidesstierungen. Also, entscheiden Sie schnell für den Bullen, oder so lange, wie ein Pferd. Nein, die Pferde aber auch wieder an der hier in der Schärf für 35 Jahre. Nein, wie ein Pferd. Nein, wie ein Pferd. Gut, Ladies and Gentlemen, Die finalen Gruppe der Brotterlinge ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Aufmerksamkeit. So in case, he doesn't show a mainstream category. He is a set by email of choice. His mother is Micah. Well, a boo that's not very, very well known. His grandmother, she once had the more work in non-production with nearly 30,000 kilos in real freezing lines. The mother angle has been, I'll be mad on this man, and scored just a little dose of 83. So you can think, what do these damn people, that have been my police in Sixonia, why do they, did they take that role? Because they gambled, and they won't. Please look at the pedigree, we look at the tragedy, very stylish, young animal, exceptional good feelings, exceptional others, and a true great man is, a boo that is singing forth, being heard for everything and anything. It is a boo that will give you lots of, lots of, positive things into your fruit. Thank you very much.